Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der MCV und ich stelle euch heute die Designs der Woche vor. Herzlich willkommen. Ihr seht, dass hier wieder 5 Flächen aufgebaut sind. Es sieht heute ein bisschen mehr aus, weil das halt in den verschiedenen Kategorien ein bisschen mehr ist. Aber lasst euch davon nicht beirren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht auch schon los mit dem ersten Design. Und ihr fragt euch, was zum Teufel ist das? Ich glaube, man hat es schon gesehen aus der Ferne. Es geht nicht um diese Wand, sondern um das Schild, was da draufgeklatscht ist. Und zwar ist es ein Exit-Schild. Ihr seht, wie das aussieht. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben das auf Reddit gefunden und das wurde designt, in Anführungsstrichen, von einem Chespa HB. Weshalb wir das zeigen, ist ganz einfach. Es gibt bestimmt viele Vorkier-Bauer unter euch. Oder auch Leute, die Hochhäuser bauen oder so. Und da ist natürlich ein Ausgang oder so ein Notausgang unverzichtbar. Und es ist natürlich viel besser, wenn man das so darstellt, wie wenn man ganz trocken schreibt Exit. Und deshalb haben wir das reingenommen. Und da ihr euch jetzt bestimmt fragt, ja hey, wie genau mache ich das denn? Zeige ich es einfach. Und zwar nehmt ihr ein Schild. Zack. Und wir sind jetzt in der ersten Zeile. Dort müsst ihr nicht so viel machen. Setzt einfach einen Bodenstrich und ein großes O. Dann gehen wir jetzt in die zweite Zeile. Und in dieser zweiten Zeile setzt ihr ein Slash. Macht 1 Abstand und setzt noch ein Slash. Und ein Slash in die andere Richtung. So. Und noch ein Bodenstrich. So. Und dann stimmt das auch schon. Dann müsst ihr nicht mehr viel machen. Dritte Zeile. Zack. Hier beginnen wir mit einem Bodenstrich. Dann setzt den Slash. Setzt einen Slash in die andere Richtung. Und dann müsst ihr das nur noch ein bisschen verschieben. Dass das so mit dieser Achse stimmt. Also zweimal Leertaste noch drücken. Gehen wir in die letzte Zeile. Und in der letzten Zeile setzt ihr ganz einfach noch einen Slash. So. Und da habt ihr euer Bild. Und dann drückt ihr dann. Und dann haben wir unser Exit Schild. Also gefällt mir sehr gut. Kommt auf jeden Fall in die nächsten Walkiers rein. Okay. Design Nummer 2 sind Tische. Und ihr seht hier insgesamt drei Stück. Wobei die ersten beiden so identisch sind. Bis halt auf die Farbe. Das Besondere hierbei ist halt, dass dieser Tisch steht auf Steps im Prinzip. Also die Tischbeine sind aus umgedrehten Stufen gebildet. Und ja, das ist jetzt hier farblich einheitlich. Hier halt Netz. Hier sind es halt verschiedene Farben. Das könnt ihr halt im Prinzip designen, wie ihr wollt. Also mir gefällt das hier halt besser als dieser einheitliche Tisch da drüben. Hier hinten, das ist noch eher so ein Zufallsprodukt. Deshalb steht er hier hinten. Das ist ein Tisch, der halt so für Konferenzen, also für Konferenzzimmer geeignet ist. Den haben wir sogar, wenn ich mich nicht irre, in der Villa 3 verbaut. Weil da haben wir ein Konferenzzimmer. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Also dieser Tisch, der ist gebaut aus Stufen, aus umgedrehten. Das seht ihr, wenn wir jetzt hier einen Querschnitt setzen, dann seht ihr zwei Stufen so aneinander gesetzt. Und die Besonderheit hierbei ist halt, dass dieser so mit so einer Rundung abschließt. Das heißt, ich nehme einen Step, setze den hier hin, einmal, zweimal und dann habe ich jetzt hier so eine Rundung drin. Das mit den Stühlen ist auch so ein Thema. So sammeln wir mal ein. Das mit den Stühlen ist auch so ein Thema. Und zwar kennt man das wahrscheinlich so. Also so, das ist so die gängige Art, aber ihr könnt das auch so designen. Und das sieht ein bisschen moderner aus, wie ich finde. So. Also hat so ein bisschen besseres Feeling. Design Nummer 3 sind Toiletten. Also das ist was für die Sanitärfachmänner. Wir haben jetzt hier drei Toiletten aufgebaut. Wobei halt die letzte ist halt die unrealistischste. Aber schaut einfach mal, wir schauen uns das Ganze gleich an und dann seht ihr die Funktion. Die erste Toilette sieht optisch, würde ich mal sagen, am besten aus. Ähm, der Nachteil dabei ist halt, dass die Farbe nicht stimmt. Also wir haben hier so ein Becken. Wie gesagt, das ist grau. Das kann man auch nicht ändern. Und dementsprechend muss dieser Toilettenkasten, äh, dieser Spülkasten muss halt auch dieselbe Farbe haben. Weil wie sieht das denn aus, wenn das eine weiß ist und das andere ist schwarz. Ja, das wäre ja nichts. Ähm, deshalb ist die schwarze Toilette. Ähm, und ansonsten, dieser Knopf hat eigentlich jetzt nur so eine dekorative Funktion. Und halt hier, ähm, kommt das Toilettenpapier hin. Also das wäre jetzt so die erste Toilette. Die zweite ist ein bisschen hässlicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die ist auch noch okay. Ist auch relativ gängig. Jetzt mit der 1.5, ähm, wo dieser Hopper da kam. Ähm, ja, sieht so aus. Nichts Besonderes, wie ihr seht. Ähm, gehen wir einfach weiter zur dritten Toilette. Und das war, wie gesagt, die, wo es so hässlich ist. Ähm, aber sie, also die Toilette, hat dafür eine gute Funktion. Und zwar, man kann wirklich spülen. Das heißt, ich drücke den Knopf und zack, kommt hier Wasser raus. Und wenn ich den Knopf wieder drücke, ist das Wasser wieder weg. Okay, und sieht auch, glaube ich, ganz, ganz okay aus. Jetzt hier mit dem Loch da drin. Ähm, aber das könnte man, ne, könnte man nicht. Aber sieht wirklich ganz gut aus. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man das noch woanders machen könnte. Aber, ne, also es ist schon wirklich ganz, ganz gut da drüben. Ähm, ja. Design Nummer 4 sind Fensterfronten. Und ihr seht das, wie die aussehen. Insgesamt 4 Stück. Gibt es nicht so viel zu sagen. Ihr könnt euch das einfach, einfach anschauen. Ähm, wie gesagt, Mittelalter-Style, Mittelalter-Style und Mittelalter-Style. Und natürlich auch Mittelalter-Style. Also alles ziemlich alt gehalten. Ähm, aber passt für Minecraft. Also für Minecraft ist das ganz okay. Wir haben diese Fensterfronten verwendet bei den Villen. Da drüben, wenn ich mich nicht irre. Ah, hier sieht man es. Also hier haben wir schon mal das in der Villa 4. Fliegen wir mal hier rüber. Haben wir das auch verwendet. So, also man sieht es von hier drüben. Ich habe leider jetzt kein Opti-File drin. Deshalb, ähm, ja, kann ich nicht dran zoomen. Ähm, ja. Das sind die Fensterfronten. Und wir gehen auch schon rüber zu Design Nummer 5. Und das ist ein Boot. Ähm, ja. So sieht das aus. Haben wir selbst gebaut. Also nirgendwo threaded oder so abgeschaut. Ähm, sieht so aus. Ähm, da gehe ich jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. Also wie gesagt, das ist ein Step. Das ist auch ein Step. Und das in der Mitte ist ein ganz normaler Block. Ähm, ansonsten hier die Seite wird gebildet aus Steps. Also heute arbeiten wir sehr viel mit Stufen. Ähm, das sind drei hier in einer Reihe. Ne, vier sogar. Ne, vier. Hier, vier sind's. Und da hinten schließen wir nochmal mit einem umgedrehten Step ab. Also so sieht das von hinten aus. Und wer lustig ist, der kann sich noch hier so einen Stuhl hinsetzen. Und, äh, kann dann hier ein Päuschen machen. Und wir haben sogar die Piratenflagge gehisst. Ähm, ja. An Sinsen wäre es das schon gewesen. Ähm, ich hoffe ihr könnt das dann nachbauen. Ist nicht so schwer. Ihr habt alles gesehen. Ähm, das waren die Designs der Woche. Ich hoffe euch haben die Designs gefallen. Ähm, und dann sehen wir uns zu einem anderen Video wieder. Ciao.